ja da ja sie sorgen für das Mausel ach geht's jetzt noch nicht los doch eigentlich ist es live hihihi das ist ungefähr ausgeglichen jetzt so bin ich mal schneller als noch nie vor mir hat die Kass gibt uns Deckung gut älter das sind keine Abstände was er da macht doch ich bin immer noch der Busch-Funker ja ich weiß denn was soll ich alles auch erst vorschlagen dass du den wieder funks dass sie kommen sollen ja aber kannst du alles gut machen da muss ich Cooldown machen Dorn das sehe ich du siehst gar nichts ist nicht passiert bisschen du das ist mein Bluttermesser da bist du ah da ist der blande Mensch pssst stopp ich muss mir erst mal scouten RedBuskrid yo kannst du bitte funken dass die äh sich nicht zu weit von uns entfernen sollen äh tschuldig ich muss noch Cooldown Busch-Funker Busch-Funker in der Wüste Moment wo ist Fix hin äh ja Fix ist von denen weg ich kann nicht mal funken ich hab keine Whisperliste mit keinem von dem Hm Dann würde ich vorschlagen dass du sie schleunigst äh erstellst und wir warten so lange auf dich nun und troll-lo-lo-lo-lo-lo lol tro-lo-lo k denken oder ablegen ablegen nein nur nicht anlegen achso ich hab mich schon gewundert Oder, wie man es jetzt nennt, nicht langen Stab. Da stehst du es im Generalstab. Ach ja, stimmt nicht langen Stab. Nein, ich muss erst gucken, wen ich da überhaupt adden kann, dafür, ich glaube, ich nehme mal den Korpel. Am besten machst du so mit Papa Blücher, der führt sowieso... Papa Blücher. Morgen ist Sonntag. Da kämp'n die Hohen. Da kämp'n die Hohen. Ja, die campen da ja schön. Boah. Also echt, wie kann man nur seine Untrocknizistellung so dermaßen ausspielen? Hast du Sweitbiskuit? Ja. Gut, dann, mir nach. Er hat in Deutsch ganz gut gesessen. Wir versuchen... Es hat funktioniert. Wenn Gott, es hat funktioniert. Hast du ihnen gefunkt, dass die in unserer Nähe bleiben? Ja, ich hab' ihnen gesagt, sie sollen uns diskutieren. Es kommt... Na, ja. Na, solange es nicht exekutieren, ist es gut. Sagt bitte, dass die sich nicht bitchfiken soll im Team Chat. Ja, das ist so ein Sport, wo du stehst, aber in 20 Minuten 5 Kilometer rennst. Ach, stimmt gar nicht. Das ist nicht in der Schule. Das ist nicht in der Schule. Ich glaub' so'n fast... Ja, wir sollten überbrüben. Warte losweilen. Zwischen den Stein verteilen. Ich scout das. Yeah, hab'n Stein. Oder Football. Hm. Das ist aber auch ein... Hahaha. Ich hab' auch... Stein. Aber auch dem Stein drauf. Was wird jetzt als nächstes passieren? Gut, jetzt... Ah, wir drehen ihn runter. Ja. Zu mir aufrücken. Ach so, aufrücken. Leute. So. Und die Transparenz sind sechsmal mehr als auch hier. So, eine Tamir bilden. Ich hätte euch vielleicht vorwarnen sollen, dass ihr heute komische Befehle einstellen müsst und auf große Panik machen. Panik. 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 Also, ich glaub' die Moral ist jetzt nur ein Keller, oder? Hm. Ich glaub' das Niveau da auch schon. Was, wir können gewinnen? Ach, die Transparenz sind doch nur sechs Männer mehr als vier und es sind... Es sind eigentlich keine Transparenz. Wir sind jetzt ein Dorn und ich da, also. Aua. Das hat weh getan. Wo sind die denn? Irgendwo da eigentlich. Oh, links. Weißt du. Ach so, weil... Äh... Warte, nee, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Ausweichen, ausweichen. Ach du scheiße, wer gerade Tiere. Oh my god. Sie haben so... Wieso haben wir eigentlich keine Formation? Sie haben so cool die Hütte. Und uns die mit den Feldern bedienen. Ganz ruhig. So, ja, ne, darfst mich nach rechts bringen. Ah, hinter der Hügelkuppe verstecken, auch, äh, und dann Feuern. Wer ist, äh, Musi war das grad? Die wird sterben. Experste. Also, schießen, zurückgehen, Nachnamen. Ich hab' mit Stein. Die werden doch nicht mal einen Elefanten treffen. Bei den letzten Worten, bevor ich verschossen bin. Hey, ich hab' mit deinem Effektum. Ich hab' mit deinem Effektum. Ich hab' mit deinem Effektum. Du bist ja kein Elefantum. Deinem Effektum. Gott, weil... So, jetzt muss ich die... Mein Gott, der muss effekt sein. Das ist leicht, da die Zutreffung. Das kann nicht mehr sein. Ja, das ist... Das macht auch der Alter sagen. Wenn ich eine Liga gewendet habe, würde ich so machen. Na, okay, dann nimm doch mal ein Ziel. Wir nehmen es doch. Oh, dich will ich nicht. Der hat einen Scheiß-Aimhals-Offizier, der labert nur. Was? Ich hab' einmal mit der Muskete als Offizier drei Leute das letzte Mal schossen und wir werden von ihm zwangt. Vielleicht, weit bis gut, könntest du ja den Funken, dass wir uns jetzt zurückziehen werden. Wieso, wir haben eine Leine freundliche, die... Naja, okay, eine kleine freundliche Leine. Wir werden jetzt eingekreist, deswegen lieber jetzt zurückziehen als nie. Auch, die haben mich getroffen. Marschkolonne rechts und links von mir. Der hinter mir, meine ich. Äh, rechts und links, also sollen wir zwei machen? Der hinter mir, Mann. Los, los, los. Darf ich die Muskete aufheben? Ich nehm die Muskete auf. Dead Formation. So. Ich hoffe, die sind so beschäftigt mit der Linie und kümmern sich nicht so wie jetzt. Gut schon. Nö, machen sie nicht. Sie sollten sich nicht aufs Weiterschießen. Tatsächlich. Doch, wir sollten sie flankieren. Das war grad auch mein Gedanke. Nachladen und startieren. Ach, die Chargen gerade, okay, deswegen. Nachladen. Hallo, Nachbarn. Achso, habt ihr noch nicht? Wer hat denn alles nicht? Nein. Wie dann? Oma, ist das unsere? Doch, nicht. Das stimmt nicht, ich hab nen Schuss. Okay, dann, äh, jetzt hier nachladen. Die, die nachladen müssen. Nein, alle. Kommen wir nicht mit Schlaumeieren an. Stopp. Ihr könnt jetzt kurz erstmal warten, dass ich die Lage sondiere. Oh, okay. Marschkolonne hinter mir. Wer ist denn da zu weit gelaufen? Es gibt nicht zu viele ab. Du schließt uns einfach wieder ein. An. Schließ dich. Und, ach, ist egal. So lange ich verstehe, was ich sage, ist es okay. Nein, links. Links den Franzosen. Was sagst du? Hinter die Steine und Feuer frei. Und jetzt will ich Treffer sehen. Ich werde mit meiner Moskette treffen. Malz, ich werde sie nicht töten. Töte sie allesamt nur an Hütten. Ja, das sind wir auch schon mal was. Aber niemals zelten. Jetzt sind Jetpack komplett in Zeit. Karl, kannst du bitte zum Schießen außerhalb dieses Steinskin. Dein Rauch hat es auch schwer zu gucken, ob du da bist. Ja. Äh, Truppen kommen von links noch. Ich sehe es. Ja, von links kommen wir noch zu flankieren. Feuer. Und von der linken Seite drehen sie es zurück. Kann ich mich auf die linke Seite mal ein bisschen flankieren? Bitte was? Ich gehe mal auf die linke Seite, gebe denen ein bisschen Scharfschützenfeuer und dann hinterher. Ich auch. Ich komme mit. Au, ey, pass auf, geh lieber nicht mit, du. Das wirst du nicht überleben. Ich gebe jetzt Schuss ab und dann gehe ich es zurück. Das ist dann aber keine Formation mehr. Au. Sag doch, das werden wir nicht überleben. Au, Jay. Au, Jay. Feuer frei und jetzt tötet doch mal was. Ja, tut mir leid. Wie? Ich bin hier nur die Aushilfe. Meine Kugel fliegt jedes Mal außerhalb meines Kreises. Ich habe keinen Plan wieso. Ja, ich weiß auch nicht, Materialfassaden sag ich. Hä, aber erst. Geht doch. Ja, früher. Google zwischen den Zähnen ist auch Materialversagen. Hä, hä, hä hä. Ja, 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 ja. Föırs. Aber, was, was. Es ist, Robert. Ich hab' getroffen. Wer läuft da einfach weg? Ja, das ist ein Bisquid wahrscheinlich. Weil Bisquid kommt wieder her. Einfach auf'n Körper mit'n Punkt. Was? Mit dem Kugel, äh, mit dem Kugel auf den Zeifer. Oder auf dem Kopf, keine Ahnung, ich hab einfach geschossen. Früher konnte man mit dem Gewehr alles wetschrotten, ja. Die Kugeln sind wie Arbusbolzen geflogen. So, Kasskolonne hinter mir. Ja, war alles besser. Los hinter mir. Äh. Nachladen, abbrechen. Wir sind am Nachladen. Ach man, aber da vorne sind Feinde. So, mach eins und links von mir und Feuer frei. Toll, ihre Gesichter. Schützenlinie links und rechts. Jägerlinie. Ist doch egal. Jägerlinie, Marsch. Ja, Jägerlinie oder Schützenlinie. Schützenlinie. Sterbelinie. Motte. Guter Schuss, Zocker. Ja, okay. So, Linie link, Linie link. Wir sollten vielleicht auf den Hügel im Tor zu gehen. Zurückfallen, zurückfallen, zurückfallen. Wohin? Die nächste Runde mache ich wieder. Ja. So, Marschkolonne hinter mir bilden. Hast du das verstanden, Joe? Ja, ich hab's verstanden. Hilf mich schießen? Ich will ganz normal einfach ein Soldat auf. Oh. Wohin? 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 Ich renne uns hinterher. So, und jetzt umdrehen und eine Salve schießen. Eine Salve schießen einfach nur. Auf die Distanz nichts treffen. Das ist... Okay, weiter weg, weiter, weiter, weiter. Uns bleibt ja nichts mehr als der Nahkampf, oder? Moment. Ich hab' einen Schuss. Ich hab' einen Schuss. Hehehe. Nummer eins ist doch... Wenn euch jetzt... Wenn das D.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.. Halt Biscuit, zieh auf den Offizieren, zieh auf den Offizieren. Oh. Darf einen Schuss? Oh. Wer hat dich angehittet von uns? Nein, darf nicht. Warum sind alle Kinder da auf dem Sitz? Monte, du hast dich angehittet, wegen der bin ich gestorben. Oh, sorry. Good luck, bro. Nein. Da ist voll im Schlag reingelaufen. Ja, er fliegt durch meinen Block, durchleckt mich. Nein. Gibt's doch nicht. Nein. Es verprügelt Monte, die Offiziere. Ja. Und wurde geentschatten. Von einem anderen Offizier. Da kommt mal ein... Nö, es sind noch neun über. Der ist erlitten. Noll. So, dann muss nur neun von denen erledigen. Der ist hinter denen. Ich hab das verkackt. Das ist natürlich die Lastengruppe. Das ging jetzt einigermaßen für euch. Nein. Ich will keine Sau treffen. Aber was ist denn heute? Boah, das leckt so hart. Der Server leckt voll. Du kannst einfach nicht rausgehen. Und hoffen, dass du was triffst. Das ist wahr. Scheiße. Okay. Wir haben uns diesmal auf der rechten Seite. Ich bin ja ihr beste Jäger hier. Ach, halt doch die Klappe. Wie leidig. Sogar. Pfui. Nö. Ich wäre einfach toll, dass er die Klappe haltet. Die nervt in letzter Zeit ein bisschen viel. Entschuldigung. Letzte Runde? Jo. Seid doch froh. Ja. In der Tat. Okay, sei froh. Ein F10 kann helfen. Wieso sollte ich froh sein? Er steht doch jetzt 2-2, oder? Wenn's dann endlich vorbei ist. Es ist mir relativ egal, wieviel es jetzt fehlt. 5-2? Schnauze. Geht das überhaupt? Danke sehr. Das ist viel angenehmer, wenn ihr unig seid. Stopp. Wer war so witzig, das Glitter anzuhaben? Ich nicht. Was? Das was anzuhaben? Ich weiß, wer es war. Ach egal. Das was anzuhaben. Das Furzgeräusch zu machen. User in your channel timed out. Wer war das? Ist jetzt nichts wichtig. Werden wir jetzt bestimmt eh gleich erfahren. Oh, da ist was auf der linken Seite. Beute ist da ein bisschen Beute. Beute vertrügelt sich. Beute wird getötet. Ja, Beute erledigt man als Jäger. Und wieso begleiten uns die ganze Zeit diese grünen Dragona? Ich hab auch einen General. Die finden uns sexy. User in your channel. Nein! Sag das mal, Fix. Das ist uns so super super. Hallo? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja, wir hören. Tschüss. Linie rechts, Linie rechts. Ja, äh, links unten, verdammt, verdammt. Hier. Zeit mir nicht zur Schilder. Hier hin. Hügel und Steinchen als Deckung verwenden auf alles Feuern, was Französisch unter Polen, wo der Fall mit vollen Kreis verbündet ist. Und Chris, ihr könnt aber auch auf die Vollidioten nach hinten schießen. Äh, nein, ich schieße auf, wo ich sicher bin, dass ich treffe lieber. Eure Entscheidung. Gut. Geht nur. Nicht zu. Das ist ja nicht. Und weiter. Wir bewegen. Aber. Ich werde mich nicht vor. Ich bin zu. Ich bin zu. das ist ein bisschen linken der baum hinter ich bin selber mit dieser ob die ehemalsten dieses schweiß gar nicht mehr machen auch das ist ein schweißlein bitte da melden wir uns nie wieder an ich bin kurz mal weg das ist ja auch das jbh warum wer denn ich scharfe voll in your face, come on, voll in your face warum wurde ich denn immer wieder als erstes erschossen wer rennt denn wir gerade weg niemand wir dürfen schon vom server gehen oder ja wer tot ist ja gut, ich bin tot weiter schießen, weiter schießen kann es sein, dass man ohne Abschüsse gekriegt hat doch ich habe Abschuss gemacht ich bin der vierte auf Platz, ne? Dorn hat auch ich auch und ihr hattet ungefähr 6 Alfen das ist doch das ist doch äh nein ich hab von drei Schüssen mit einem Abschuss gemacht ach, scheiß jetzt scharten die sollen sie doch oh, sollen sie doch nicht eh, Dorn weißt es zu tun ist nein, ich hab's keine Munition Dorn ah, ich brauche ne Muskete, ich brauche ne Muskete ah, fuck you all Dorn, warum machst du keine Muskete ah, Muskete, Muskete, Muskete Dorn, auch keine Muskete ah, ha, ha, ha 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 ha, ha ha, ha, ha nein, der hat mich, weil's geleckt hat, kacke Dorn, komm, den kannst du gleich besiegen, ich hab die so oft angehittet, Dorn Ja, gut 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 Dorn, ich hab die so oft angehittet, das weiß ich, wiss gewesen, weil ich gerade der Erste bin ja, und du bist kein Jäger das ist und ich bin Dritter, ne auch kein Jäger schlimm, ne ja, weil alle den Zauber gelieft haben haha ja, ich bin auch mal weg das ist ein Scheiß Event kann man einfach nur noch Charging kaputt machen du meinst, Dorn muss einfach nur noch kaputt machen Leute, die ist Ansichtssache, wenn tödlich wo ist der Typ denn? der Max, ja, hier ist der der Max, na, den Max den kann ich gar nicht spectaten no ah, nicht geh runter der ist einfach nur runter